Der Kerl ist echt durchgeknallt. Also dieses Schloss ist in einem unakzeptablen Zustand! Unakzeptabel! Zitronenbaum! Wieso belästigst du meine Untertanen? Ich tue doch nichts Unrechtes! Ja, aber was du da tust, macht mir irgendwie Angst. Ich bin der Graf! Ja? Der Graf von... Überhaupt nichts! Warte, was meinst du mit überhaupt nichts? Schloss Zitronenbaum hat nicht einen einzigen Bürger! Und du hast viel zu viele! Du musst teilen! Teilen! In deinen Träumen, du schreiender Freak! Aber du kommst doch mit niemandem zurecht! Ich verstehe dich nicht, Zitronenbaum! Niemand! Niemand versteht mich! Ich bin allein und du hast mich schon gemacht! Du hast mich gemacht! Du hast mich gemacht! Du bist meine Schaffer! Du bist meine Schaffer! Du bist meine Schaffer! Hundehintern! Oh! Yo, Zitronenbaum! Wir werden von jetzt an hier auf dem Schloss leben! Ja! Ich bin Jamaica und das ist Tuffy und Blombo! Blombo! Was ist das? Was denn? Auf Blombos Ohren! Das sind Kopfhörer! Blombo! Nimm die runter! Blombo! Es ist deine Pflicht, mir zu gehorchen! Nimm die Dinger runter! Beruhig dich mal, Zitronenschmiere! Ich bin keine Schmiere! Das ist Unlärmzentabil! Was? Was ist denn hier los? Alle ungehorsamen Bürger müssen angepasst werden! Mann! Bist du etwas verrückt? Du oder ich? Jetzt muss ich mein Lärmschwert benutzen! Das ist ein Lärmschwert! Ich hole unserem Sohn noch eine Schlafhaube! Wunderschön! Bruder, hör auf damit! Jäger hassen dich! Das ist deine Schuld! Ende! Das! Ende! Komm, du tanzt jetzt alle mit uns! Wie kannst du es wagen? Wie kannst du nur meine Gefangenen freilassen? Du bist so weich, Zitronenbaum! Viel weicher als alle voll durchnisten Kriegse! Du bist so weich! Oh! Was hast du denn da? Deine kleine Harfe! Und was haben wir hier? Ich habe Dinger in meinen Ohren heute Nacht! Damit bin ich unbesiegbar! Spiel sie Zitronenhoffnung! Was sagst du da? Sprich doch lauter! Ich hab gar nichts gesagt! Die Harfe! Beeil dich! Ich kümmere mich um den Rest! Was? Die Harfe Zitronenhoffnung! Spiel sie! Oh! Die Harfe! Habe ich das nicht gerade erklärt? Ich habe die Dinger in meinen Ohren! Mal meine Dinger! Nein! Was soll denn das? Lass mich los! Die Harfe Zitronenhoffnung! Die Harfe Zitronenhoffnung! Die Harfe Zitronenhoffnung! Zitronenhoffnung! Ich kann das hier nicht genau auswählen! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020